Hallo, mein Name ist Reinhard Knittler. Ich bin der Gründer der Firma Knittler Medien. Wir sind ein kleiner Fachverlag im Nordschwarzwald, aber durchaus international aufgestellt. Unsere Zeitschrift Reinigungsmarkt erscheint in sechs Sprachen. Wir waren auch schon in Russland und in China mehrere Jahre aktiv und sind auf internationalen Messen in Europa und in der ganzen Welt präsent. Der Reinigungsmarkt richtet sich an Gebäudereiniger und Facility Management Unternehmen. Seit sechs Jahren haben wir die Zeitschrift Ergonomie Markt. Die befasst sich mit dem spannenden Thema Ergonomie, Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz. Und seit neun Jahren geben wir das Ausbildungsmagazin der Branche den Gebäudereiniger heraus. Somit sind wir ein kleiner Verlag, der sich auf wenige Zielgruppen spezialisiert hat. Und wir verstehen uns als Dienstleister. Uns ist es wichtig, unseren Kunden zu dienen, Partner zu sein, Mittler zwischen Leser und Industrie. Und ich freue mich einfach drauf, wenn Sie mich ansprechen. Und ich freue mich einfach drauf, wenn Sie mich ansprechen. Und ich freue mich einfach drauf, wenn Sie mich ansprechen. Untertitelung des ZDF, 2020